Herzlich Willkommen zu Dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Elektro-Fleischwölfen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Fleischwölfe bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Base Sail Fleischwolf. Stell dir vor, du könntest in Minutenschnelle bis zu 4,3 Kilogramm Fleisch verarbeiten, denn genau das ist der Zauber dieses Fleischwolves. Mit einem starken Motor und hoher Blockierleistung macht er kurzen Prozess und lässt dich mühelos große Mengen bewältigen. Und keine Sorge wegen Überhitzung, er schaltet automatisch ab, um sich abzukühlen. Dieser Fleischwolf ist nicht nur auf Fleisch beschränkt, er ist ein Alleskönner, der als Wurstpacker, Kuhbehersteller und noch viel mehr fungiert. Von Hacken bis Raspeln, von Reiben bis Schneiden, er erfüllt all deine Bedürfnisse. Deine Familie wird von den vielfältigen Gerichten begeistert sein, die du zaubern kannst. Das Geheimnis der Texturerhaltung und der Nährstoffe liegt in der dreistufigen Spiralextrusionstechnologie. Sie ermöglicht dir schonende Verarbeitung des Fleisches, ohne seine Fasern zu zerstören. So bleiben Geschmack und Nährwert intakt und deine Mahlzeiten werden zu wahren Gaumenfreuden. Die Bedienung ist ein Kinderspiel, dank der intuitiven Steuerung mit nur drei Tasten. Off zum Ausschalten, On zum Einschalten und Ref, um das Gerät in entgegensetzter Richtung zu drehen. Und das Beste, die Reinigung ist genauso einfach. Kein langes Hantieren, kein Stress. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Elektro Fleischwolf auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Bosch Fleischwolf Pro Power. Stell dir vor, du möchtest ein leckeres Hackstay zubereiten. Anstatt stundenlang am Schneidebrett zu stehen, schafft der Power Pro in kürzester Zeit 4,3 kg Fleisch pro Minute. Der Grund, ein Motor, der vor Kraft strotzt und eine beeindruckende Blockierleistung. Das bedeutet, du kannst dich darauf verlassen, dass er mühelos durch unterschiedliche Fleischsorten gleitet. Egal ob Rind, Schwein oder Geflügel. Der Pro Power ist mehr als nur ein Fleischwolf. Er ist ein Alleskönner in der Küche. Mit über 20 verschiedenen Funktionen verwandelt er sich in einen Assistenten, der Fleisch und Fisch zerkleinert, Gemüse raspelt, Käse reibt und sogar Obst und Gemüse presst. Die Vielseitigkeit dieses Geräts ist einfach beeindruckend und öffnet dir eine Welt voller kulinarischer Möglichkeiten. Was die Handhabung betrifft, haben die Ingenieure von Bosch an alles gedacht. Ein praktischer Griff erleichtert das Bewegen des Fleischwolfs, während die intelligente Kabelverstauung und die Scheibenaufbewahrung für Ordnung sorgen. Du wirst nie wieder nach Zubehör suchen müssen. Der Pro Power ist kein gewöhnlicher Fleischwolf. Er ist dein stiller Partner, der dir hilft, ohne aufdringlich zu sein. Sein Auftritt ist wie ein trojanisches Pferd, unscheinbar aber voller Power. Und das Beste, du fühlst dich großartig dabei, weil du weißt, dass er dir Zeit und Aufwand spart. Alle weiteren Infos zu diesem Fleischwolf kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den VEVO elektrischer Fleischwolf vorstellen. Die Qualität dieses Fleischwolfs wird dich umhauen, hergestellt aus lebensmittelechtem Edelstahl. Ist er nicht nur verschleißfest und rostfrei, sondern auch ein Meister in der Kunst des präzisen Schneidens. Deine kreativsten Fleischkreationen sind nur ein Knopfdruck entfernt und das polierte Design verleiht deiner Küche ein modernes Flair. Einfachheit ist der Schlüssel, ein einziger Knopf für müheloses Malen. Kein lästiges Vorschneiden mehr, denn das großzügige Zuführungsrohr nimmt alles auf. Keine Sorgen um Überhitzung, denn die Belüftungsöffnungen halten den Motor cool und leise und das Reinigen ein Kinderspiel auf der glatten Oberfläche. Dieser Meister der Verarbeitung kann mehr als nur Fleisch, Fisch, Gemüse oder sogar Chili. Alles wird mühelos gemahlen, ob in der heimischen Küche, im Hotelrestaurant oder im Unternehmen. Dieser Fleischwolf ist der Partner, auf den du gewartet hast. Ein 1100 Watt Motor, der bis zu 250 Kilogramm Fleisch pro Stunde mühelos zerkleinert. Und vergiss die lästigen Knochen nicht. Dieser Fleischwolf meistert sich spielend. Dank seines einzigartigen Designs geschieht alles mit höchster Effizienz. Die Fleischwanne für einfaches Aufbewahren und Zerkleinern. Der Fleischstößel für bequemes Einfüllen. Jeder Aspekt wurde durchdacht. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Elektrofleischwolf.